Wir wollen uns die Konstruktion eines Eulerweges anhand eines Beispiels einmal anschauen. In dem Beweis des vorhergehenden Satzes wurde ja ein Algorithmus angegeben und den wollen wir jetzt einmal exemplarisch durchführen. Wir fangen hier einfach an im Knoten V0 und laufen einfach mal die Kanten entlang. Es ist ja jetzt nicht angegeben, welche Kante ich auswähle, sondern ich nehme einfach eine noch bislang unbenutzte Kante und ich konstruiere einfach mal hier einen Weg, beispielsweise hier von V6 zu V5, zu V4, zu V3 und zu V0 zurück. Das heißt, was wir hier erstmal konstruiert haben, ist ein Weg von V0, V1, V2, V6, V5, V4, V3 und zu V0 zurück. Der Algorithmus sieht dann ja vor, dass man sich einfach einen Knoten auswählt, der noch unbenutzte Kanten besitzt. Das machen wir beispielsweise hier am Knoten V5. Den jetzt einzuzeichnenden Weg markiere ich mal mit einer anderen Farbe. Von V5 zu V7, zu V6, zu V8, zu V3 und zu V7. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, einen Weg von V5, V6, V8, V3 und V7. Es sind aber nach wie vor immer noch unbenutzte Kanten im Graphen zu sehen und auch die werden wir jetzt markieren bzw. einmal durchlaufen. Wir fangen hier an in dem Knoten V3, gehen zum Knoten V2, zum Knoten V4, zum Knoten V1 und zum Knoten V3 zurück. Also von V3 zu V2, zu V4 und zu V1 und zurück zu V3. So, und das kann man nun zu einem Euler-Weg zusammenführen. Wir haben in diesem Graphen zwei Knoten mit ungeradem Grad. Das schreibe ich einfach mal hier dran. Das ist einmal der Knoten V5 und der Knoten V7. Man erkennt das hier auch. Das ist sozusagen das Wegstück, was wir hier durchlaufen haben. Das wird jetzt quasi einer dieser Knoten V5, V7 wird der Anfangspunkt für unseren Euler-Weg. Und zwar werden wir einen Weg konstruieren, einen Linienzug, der jede Kante genau einmal überschreitet, von V5 zu V7. Was man im Prinzip macht jetzt, man kann jetzt im Prinzip dieses Wegstück hier an dieser Stelle einfügen und muss dann das andere Wegstück hier oben, das muss man im Prinzip verschieben. Wir haben ja hier einen Weg von V0 über V1, V2, V6, V5, V4, V3 zurück zu V0. Das ist ja ein Kreis. Den kann ich ja auch in V3 loslaufen lassen. Das heißt, man verschiebt das hier im Prinzip entsprechend, lässt diesen Kreis bei V3 loslaufen und kann das dann auch hier entsprechend einfügen. So, und wir werden das jetzt noch einmal demonstrieren. Und zwar starten wir in V5, laufen nach V7, V6, V8, V3. Ja, und jetzt sind sozusagen die Kreise, die wir vorher ausgehend von V3 gestaltet haben, betten wir jetzt hier ein, V3 nach V2, V4, V1 zurück zu V3. Und jetzt hier im Prinzip noch einmal diesen Zug außenliegend, V6, V5, V4, V3 und gehen jetzt sozusagen zum Abschluss dieses Weges zum Knoten V7. Und damit ist ein Eulerweg in diesem Graphen gefunden.